So, es ist Tiefen, 3.30 Uhr, 19.12.2012. Seit Weihnachten und wenige Tage von Weihnachten wurden. Die Begasung, der Ohrmuth, der Staat erlöst. Wir haben alle schwerste Vergiftung, das leichte Leben auch nicht. Wir haben es gleich auf 27.12.2012. Deutschland ist ja bis zum nächsten Jahr 2012 noch feiert. Weihnachtsfeiert haben wir das gleich noch erhöht. Wir haben es ständig auf mit schwersten Vergiftungen. Ich wollte kaum wieder die Toilette nicht runter. Das ist unglaublich. Das dauert auch schon wieder seit 2 Uhr. Läuft das wieder. Gleichzeitig lässt man uns abends gar nicht mehr schlafen. Und jetzt seit 2 Tagen kommt wieder Knallkörper ein. Wir dokumentieren Ihnen das selbstverständlich. Seit 2 Tagen werden wir wohl Knallkörper verkauft. Wir werden das auch in allen Statements hören. Das kann nur um uns oben geknallt haben. Da haben wir gut geht. Aber jeder, der hier gut weiß, dass wir selten glücklich klatschen. Besonders, was so viele Tage vorgelegt werden. Wir haben die schwerste Vergiftungen. Und wir vermuten auch wieder, dass unser Geld nicht überwiesen wurde. Da sollen wir ja gar nicht hinkommen. Wir möchten mich entschuldigen, dass ich nicht so gut drehen kann. Ach ja. Für was sich da zwischendurch sehen, dass unser Weihnachts kommt. Das ist uns selbstverständlich. Ich würde sagen, warum wir jetzt endlich ins Geld haben. Auf Weihnachtsplatz, wo es teuer ist. Wir wollen ja gar nicht ansparen. Das ist ja jetzt. Das ist natürlich ein bisschen frei aus. Ich habe nicht mehr. Im Minus 20. Ja, ne? Weil wir natürlich nicht das Geld haben. Das entsparen werden wir auf dem Weihnachtsbaum. Also, was wir jetzt im Hintergrund sehen. Das haben wir ja rausgefunden. Und der Bild erwarten sich das nicht im Moment. Ja, genau. Die schwerste Vergiftung. Wir gehen leicht darunter. Und des Weiteren, äh, okay. Gibt's Kontaktversuche. Ich hätte sagen, man fährt heute mit 10, na? Man wartet dann ab. Wir haben angefangen zu Berg gehen. Und, äh, dann schifft man drum. Auf den Kuhn vor der Tür. Von der Tür, ne? Genau. Heute gab's wieder um 3.30 Uhr. Vor Kontaktversuchen. Verdammt. Wir merken natürlich, dass die Vergiftung größer wird. Und draußen spielen sich die unglaublichsten Sachen ab. Leider sieht man sofort, wenn ich aufnehmen will. Und hört sofort aus. Ich würde das gerne noch mal dokumentieren. Also, Sie glauben gar nicht, was hier bei der Ablauf. Ne? Alles genaust noch von der Stadt geplant. Stadtreinigung und so weiter und so fort. Sie müssen jetzt was machen. Und Sie sind dabei. Man merkt ja auch mit Jean-Center West, äh, was da los war. Also, das ist ja ganz schlimm. Man macht einfach weiter. Das Sozialgericht hat sich ja gar nicht eingeschaltet. Nur weil wir dabei haben, wer das Geld dann bekommen hat. Nichts anderes hat. Nichts anderes hat. Jeder sollte genau wissen, was da abgelaufen ist. Und das ist unglaublich. Und das geht weiter mit Narkotika in der Kleidung ständig um uns rum. Man stellt sich an mit uns. Danach werden wir produziert. Und bedrängt. Und das ist unglaublich frech zu uns nebenbei. Auch das, äh, haben wir in einigen Sachen dokumentiert. Und ich erinnere noch mal. Auch bei, in einem Aldi waren sie auch mit Narkotika in der Kleidung und so. Und haben dann ja auch ein paar Mal geschippt. Also, da tut ich ja auch, dass man nichts mehr spüren kann. Was denn da an der Kling, dass der gar nicht so mittendrin steht. Also, das ist mir total egal. So, dann hatte ich, möchte ich mich noch mal bedanken bei der Polizei. Polizei Nummer 4 hat den schönen Polizei losgekriegt. So, morgens um 3 an der Feierabend. Ich bin total erschrocken. Weil ich auch schon wieder verblasen bin. Total Narkotika. Auch mit Gasem und alles andere. Ich habe mich sehr gequält und möchte mich dann dafür bedanken. Nur ganz kurz bei uns. Auch das werden Sie hören. Wir haben uns jetzt ein bisschen drauf eingestellt mit der Aufnahme. Mehr in der Wohnung erst, oder? Ja. Damit wir das ein bisschen besser dokumentieren, was hier los ist. Die sind dann wieder an der Heizung geschlagen und gefoltert. Und unwahrscheinlich was los. Die laufen andauernd in eine Wohnung nebenan rein. Und knallen in tierisch mit der Tür und so und so. Es ist unglaublich. Ein Glück, das von ländlichen Vorhang davor haben. Es ist unglaublich, was man hier weiter gegen uns abzieht. Und alle machen mit. Und das interessiert keinen. Wir werden weiter ganz stark betäubt. Und wir haben das jetzt auch ein bisschen ausgewertet. Unsere D-Mans hier konnten nichts anderes machen. Ich werde mal kurz unterbrechen.